Ja, jetzt natürlich schon wieder, denn jetzt sind wir wieder im Herbst. Und du hast das schon gesehen, der Betrieb ist einfach, wir haben so eine gute Stimmung hier drinnen. Wir haben uns vorbereitet, die Geschenkspackel zum Beispiel, da ist alles lustig. Jeder genießt einfach seine Arbeit. Und es wird schon natürlich auch lustig, wie man mit den Kunden umgeht, auch bei Spaß und Gauri muss auch ein bisschen dabei sein. Es herrscht wirklich eine gute Klima bei uns. Eine Anstrengung ist natürlich immer dabei, aber es ist viel besser ausgekommen, als ich gedacht habe eigentlich. Ich bin 2010 hergekommen, wo ich natürlich ein bisschen Zeit gebracht habe, dass man die Sprache irgendwie meistern kann. Und dann habe ich ein paar Prüfungen schon belegen müssen, sprachmäßig, aber auch Fachprüfungen. Darunter habe ich zum Beispiel die Gesetzeskunde machen müssen, Fachprüfung für den Apothekberuf, das war der allerschwierigste natürlich. Aber es ist irgendwie schon gut gegangen. Das war's. Super, habe ich gut gemacht, hoffe ich. Nein, das habe ich gar nichts als Interview genommen, aber ich hoffe es dann mit die Grete einfach. Okay. Okay. Das war's. Okay. Okay. Genau, ich bin heute. Ich bin heute. Okay. Okay. All가.